Was passiert, wenn jeder Hauptcharakter des Spiels nochmal eine Reflexion seinerseits bekommt und mit seinen Liebsten noch einmal Zeit verbringt? Genau, wir sind kurz vor dem Finale. Ist was passiert? Sorry, ich hätte was sagen sollen. Das ist schon in Ordnung. Du musst dich nicht zwingen, irgendwas zu sagen, aber... Aber? 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 Wenn Ashley redet, dann habe ich das Gefühl, dass ich nur noch Schwachsinn rede. Tust du auch, glaube ich. Fahr fort. Ja, aber ich... Ich glaube nicht, dass ich meine Gefühle so eindeutig zeigen kann. Wenn ich es in Worte fassen würde, tue ich am Ende ihn vielleicht wieder verletzen. Serena? Von meinem Herzen aus wollte ich was ganz anderes sagen. Aber wenn ich es in Worte fasse, sage ich immer was ganz anderes. Ich hasse es, wie die Gefühle, äh... Verschiedene Wörter verdreht, die den Körper verlassen. Ich habe mir immer gedacht, es gibt vielleicht einen direkteren Weg, wie ich meine Gefühle zeigen kann. Den gibt es! Aber wenn ich das tue, siehst du, kannst du meine Gefühle fühlen, nicht wahr? Die Wärme. Das Gewicht dieser... Beziehungsweise das Gewicht und dieses Gefühl. Ich glaube, wir wissen, was passiert. Ich bin so froh, dass ich einen Körper habe, um das alles aufzufangen. Okay. Und jetzt gibt es erstmal harten Sex. Ich hoffe doch für Ashley. Ja, ja, ja. Es ist tatsächlich nicht mehr viel, was kommt, Leute. Es gibt noch einige optionale Sachen, die ich natürlich machen möchte. Und dann geht es tatsächlich an den finalen Dungeon. Aha. Aha. Ich bin froh darüber. Denn das Spiel zieht sich extrem, extrem in die Länge bis jetzt. Wahrscheinlich glotzt eh keiner mehr zu. Also von dem her ist es eigentlich auch egal. So. Warst du nicht derjenige, der... Warst du nicht derjenige, der zusammen kämpfen wollte? Also. Warum tust du alles alleine und kämpfst... Warum tust du so still und kämpfst alleine, Irving? Naja. Story-Plot. Ah, und ich wollte als erstes dorthin gehen. Naja. Nicht dieses Mal. Hoi. Lilka. Ja, alle werden kommen. Ist doch klar. Ist immer so. Es sieht aus, als ob alle das gleiche denken würden. Ja. Sieht so aus, ne? Wir alle wollen es von Irving direkt hören, bevor wir entscheiden. Aha. So, so. Du hast doch nicht dran gedacht, alleine zu gehen, oder? Naja. Es sah ziemlich danach aus. Ha. Wir sind alle verrückt. Das mag sein. Wir alle. Das sind nicht alle von uns. Hä? Ihr alle. Ihr alle. Er ist zurückgekommen. Wer? Ach so. Ich. Okay. Wissen Sie, wie es draußen aussieht? Äh. Diese... Übergreifung... Einnehmung, whatever. Äh. Ist schlimmer geworden seit gestern. Ist es gefährlicher. Okay. Also, ist jetzt überall Gefahr, wohin wir auch gehen? Äh, klar. Lass uns gehen. Äh, lass uns gehen, Ashley. Yeah. Du hast verloren. Äh, du hast verloren, Ashley. Tja. Ihr alle. Okay. Lass uns gehen. Wir werden alles ein für allemal beenden. Yeah. Nein, werden wir nicht. Ähm. Werden wir erstmal nicht tun. Also, wie gesagt. Es ist tatsächlich so, dass jetzt quasi der letzte Dungeon ansteht. Yeah. Äh. Äh. Den werden wir aber... Ich glaube, noch lange nicht ansteuern. Denn ich möchte erstmal etwas anderes tun. Ähm. Und zwar werden wir jetzt als erstes mal... ...nochmal zurückgehen nach... Ach, Moment. Ich muss mal kurz was schauen. Und zwar... Ähm. Wir haben doch mal was gefunden. Oder habe ich das schon... Habe ich das schon weggehauen? Was war denn da los, Alter? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir haben mal... ...in dem Schrein der Opferung mit Timmyboy... ...etwas gefunden. Habe ich das schon weg? Äh. Ah, ne. Hier ist er. Der Stone Drago. Drago, 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 Drago. Genau. Stone Dragon. Es gibt noch zwei weitere Items, die man in diesem Opfer-Tempel quasi holen kann. Und das werden wir uns jetzt mal tun. Denn... Wir möchten ein paar High Guardians summonen können. Jawohl. Das möchten wir. Das möchte ich. Das möchte ihr. Das möchten alle. Auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht wirklich zeigen werde. Aber ich werde sie noch zeigen. Keine Frage. Und dann, äh... Muss ich mal gucken... Wow. Ja, es sieht schon alles ein bisschen... ...crazy aus hier. So, Teleport Orb nach... Ah, bah, 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 Baskar, glaub ich, war's doch, oder? Wo war denn dieser scheiß Tempel? Oh, ne, ja. Wo war dieser scheiß Tempel? Wo ist zur Hölle ist mein Flugviech? Ach, da hinten. Ich komme. Ist das der Altar gewesen? Äh, Hidden Trial Area. Ich musste zum... Sacrificial Altar. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr hundertprozentig, wo der eigentlich war. Ich Beule. Was war dat hier? Ne, Thunderlight. Okay, da werde ich auch noch reingehen. Da brauche ich auch noch was. Ach du Scheiße, wo war denn dieser scheiß Altar nochmal? Hahaha, okay. Ist natürlich wieder schlecht, wenn ich nicht weiß, wo er ist. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ne, das war's auch nicht. Ne, glaub ich nicht. Ach, das war doch dieser Golgotha Prison, genau. Ne. Boah, jetzt finde ich den scheiß Altar nicht mehr. Ich weiß, der war irgendwo ganz anders. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo. So, helpt mich, please. Was ist das? Ja gut, das muss wahrscheinlich dieser... Dungeon sein, nehme ich an. Wo wir hin müssen? Ach, wo war denn nochmal dieser scheiß Altar? Meine Güte. Menschens Kinder. Nois. Ich muss Luki, Luki machen. Ich muss machen, Luki, Luki. Ne, 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 ne. Äh, so. Sacrificial Altar East. Oh, ich bin gar nicht so weit davon entfernt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ne, eigentlich nicht. Ne, 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 ne. Erleuchtet was verdammt nochmal! Was ist das? Strength Apple! Strength Apple! Das weiß ich natürlich nicht, ob ich vielleicht irgendwas nicht machen konnte. Aufgrund fehlender Gadgets. Weil wir müssen ja Gott sei Dank nichts mehr tun hier drin. Außer durchrushen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Es kann auch sein, ich habe sie einfach vergessen. Aber ich glaube nicht, dass ich die schon hatte. Ehrlich gesagt. Okay, da. Bringt nicht! Es sei denn, ich habe noch einen Raum vergessen. Das kann natürlich auch sein. Haha, weg da! Kein Bock auf Kämpfe! Keine Zeit! Ach ja. Ja gut, das... Hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen. Hahahaha! Ahahaha! Düh, 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 düh... Düh, 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 düh... Düh, 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 düh... Ich bin gar nicht so in Erinnerung, dass ich irgendwas vergessen hätte hier. Deswegen wundert es mich ein bisschen! Ich hatte das, glaube ich, auch in der Kiste gefunden. Ich weiß es nicht! Ah, wir gucken einfach mal. Ja, okay Alter, ich weiß nicht mehr Wow, hier ist der Altar Aber hier war nichts mehr Nö Ha War da unten noch ein Gang oder so? Nö Okay, da muss es aber irgendwo einen Geheimgang geben Wo ich eventuell noch was machen könnte Ja, ich werde Offscreen danach suchen Und dann schalte ich es wieder ein Wenn ich was gefunden habe Also es ist irgendwie Ziemlich kurios, wenn ich das so sagen darf Was es mit diesen drei Steintafeln auf sich hat Ich habe jetzt noch eine gefunden Und jetzt werde ich mal hier reden Äh Also ich verstehe Moment, was stand da? Ach so Ich verstehe es nicht ganz ehrlich gesagt Ähm Man muss diese blöden Steintafeln finden Und dann muss man quasi mit bestimmten Personen interagieren Damit eben aus den normalen Wächtern Die High Guardian Typen da werden Ist ein bisschen kurios, weil Naja Weil ich kann irgendwie nicht damit interagieren Okay, das macht nichts Dann werden wir Weil eins müssten wir glaube ich sogar schon haben Wenn ich mich nicht täusche Ich komme da irgendwie nicht ganz mit Wenn ich ehrlich bin Äh Hm Weil Normalerweise kann man dann quasi Ähm Also es ist folgendermaßen Man muss in diesen komischen Altar nochmal rein Und dann muss man dieses Rätsel Vielleicht erinnern sich die ein oder anderen daran Wo wir quasi für ein paar Sekunden auf dem Schützen-Symbol stehen mussten Da haben wir dieses Ding bekommen Ähm Und anhand dessen Kriegen wir diese komischen Steintafeln Und dann müssen wir mit irgendwelchen Personen reden Damit wir, äh, dementsprechend, ja Die High Guardians freischalten können Deswegen wundert es mich, dass es nicht funktioniert Das dumme Rätsel resetet sich nach ner Zeit immer wieder Und ich weiß aber nicht in welchen Intervallen Also es ist ganz kurios das ganze Rina, wo ist die kleine Bitch, alter Hä Wo ist sie denn? Moment Moment Die ist doch wohl nicht in Ding, oder? Im Valeria Chateau Kann doch gar nicht sein Also irgendwie Werde ich grad ziemlich wuschig hier in dem Spiel Irgendwie klappt alles nicht so wie ich will So, jetzt machen wir nochmal Ich geh da nochmal hoch Ich muss auf jeden Fall mit Marina reden Damit ich ein bisschen was machen kann Und es hat gelegt Warum auch immer Ja, das wird jetzt ein bisschen hin und her geredet Aber ich hab ja gesagt Dass wir jetzt ein paar optionale Dinge machen Die wir sehr gerne machen wollen Übrigens Wo könnte Marina sein? War die auf dem zweiten Floor Oder auf dem dritten? Ich weiß es nicht Ich hab keine Ahnung, alter Es könnte sein Dass sie irgendwo hier rumgeiert Nein? Hallo Where are you? Oder ich kann es nicht mehr machen Das kann natürlich auch sein Aber Eigentlich Eigentlich ja nicht Hä? Ich Raff's nicht Sie ist nicht da Die blöde Fotze ist nicht da Bim, 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 bim Bim, 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 bim Bim, 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 bim Vielleicht werde ich es auch einfach weglassen Ich weiß es nicht Man kriegt halt ziemlich gute Guardians dadurch Das ist natürlich Weil ich weiß Ich benutze ihn nicht wirklich Aber Es wäre trotzdem schade Vielleicht muss ich mich dann nochmal ein bisschen rein arbeiten Ich weiß es nicht Also irgendwas habe ich falsch gemacht Mir fehlt noch eine Statue Äh, eine Steinplatte Okay Das ist halt so Aber Ich hätte jetzt gedacht Dass wir vielleicht Ähm Schon mal zweiter Also wir müssten jetzt theoretisch mit Ashley Mit ihr reden Oh Ashley Willkommen zu Ah Was zum Was ist das für ein Licht? Ashley Was geht ab? Oh Ah Ich bin gekommen Glaube ich Der Höhepunkt ist erreicht worden Okay Dann bringt es doch was Okay Dann muss ich aber nochmal gucken Weil die letzte Stein Marina Das ist dein Universum Nicht wahr? Du Du bist du Du selber Nicht wahr? Nein Sie ist ein Kind Marina Ich habe mir gewünscht Dass die Tage für immer so bleiben Ich habe nie daran gezweifelt Dass die Tage sich irgendwann verändern Ashley und ich sind hier Die langweilige alte Welt Der Alltag ist da Ein ordinäres Alltagsleben Wird für immer so weitergehen Komm nicht her Zerstöre nicht die Ewigkeit Ich habe Angst Ich habe genug Verletzt Verletzt zu werden Wie kannst du so etwas Gruseliges sagen? Ich möchte nur mit dir sein Ashley Aha Äh Um die Ewigkeit zu beschützen Deswegen kämpfen wir Als ich Ashley noch nicht kannte Nichts hat Nichts hat sich verändert Es sollte alles so bleiben Für immer Ist das was Marina denkt? Oder was sie hofft? Du glaubst also Dass die Ewigkeit darin besteht Dass sich nichts ändert Ja Nichts ändert sich Ich denke nicht Dass so etwas existiert Die Zeiten ändern sich Und wir werden Reifer Älter Whatever Wir werden immer Irgendwelche Momente Der Veränderung erleben Es kann Verzweiflung ausrufen Das ist richtig Aber es könnte Uns auch zu anderen Entscheidungen verhelfen Es ist wichtig Damit wir sehen wollen Wie die Welt sich verändert Was die Zukunft uns bringen wird Das ist was ich glaube Hoffnung Ja Die Macht Oder die Kraft Sich Sich für morgen Das morgen zu wünschen Oder die Kraft Sich zu wünschen Einen Tag zu wünschen Den man noch nicht kennt Wochenende zum Beispiel Ich frage mich Ob ich diese Kraft habe Kehrlich hast du die Aber du wirst sie nicht In der Ewigkeit finden Du hast recht Ich verstehe Ashley Du hast es mir beigebracht Äh Mein Wille Mit dir immer zusammen zu sein Ist nicht die Ewigkeit Äh Klar für immer Und drüber hinaus Wir werden immer zusammen sein Das ist richtig Hoffnung ist Äh Auf der anderen Seite Äh Dieses Momentes Weit weg von der Ewigkeit Mein Wunsch ist Oder beziehungsweise Meine Hoffnung ist Äh Dass wir die Welt Zusammen erleben Yeah Genau Und wir kriegen Sephir Eine Über Beschwörung Möchte ich meinen Wie ich an die andere Beschwörung rankomme Muss ich ehrlich gesagt Noch gucken Das weiß ich nicht mehr Das weiß ich echt nicht mehr So Ciao Marina War schön mit dir Ähm Dann gibt es noch eine Sache Die ich kurz holen möchte Nämlich in T-Bone Village Aha Nein Wir wollen dieses Mal Kein T-Bone Steak essen gehen Wir haben genug Steaks gegessen Für die nächsten zwei Jahre Weil Weil man kann dieses Puzzle jedes Mal irgendwie resetten und dann kriegt man quasi nach Lösung eben eines dieser Steintafeln. Wie gesagt, drei an der Zahl gibt es. Zwei habe ich schon. Die Frage ist, wo kriege ich das letzte her? Weil das Puzzle resetet sich nicht. So, naja, wir sind schon da. Das ist gut. Das ist gut. So, und zwar müssen wir mit ihr hier quatschen, aber als Brady Boy. Damit ihre innige Liebe. Hey, Mister! Äh, bist du hergekommen, um Billy zu besuchen? Ups, was sage ich? Mir tut's leid. Ha? Warum? Moment, muss ich mit Billy reden? Ich dachte, ich muss mit der Tussi reden. Naja, kann auch sein, dass ich mit ihm reden muss. Ne, 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 ne. Ha? Haha, hey, Billy Boy. Das Licht, es wächst. Wow. Stille. Ja. Was könnte dieses Licht sein? Billy? Billy Talent, Boy. Man. Ja, wir sind auf einem guten Pfad, wie's aussieht. Ein helles alteres Symbol sein, wie man, äh, Macht kontrolliert. Ich verstehe deine wahren Gefühle zu verstehen. Nein. Du musst, äh, deutlich sprechen. Vielleicht, äh, erreichst du dann eine andere Entscheidung. Meinung. Whatever. Eine andere, äh, ja, Conclusion? Ja. Wir haben keinen Gebrauch für Helden. Das glaub ich jetzt. Sagst du, Helden sind unnötig? Klä. Das ist nicht, was ich gemeint habe. Äh, ein Held wird hier nicht einfach so... ...angeboren. Noch können sie, äh... ...kann man sie nicht auf sich verlassen. Und sie haben nicht eine... ...sie haben keine Form. Aber ein Held existiert im Herzen von jedem, der was versucht zu erreichen. Da ist was dran, ne? Das ist, äh, wahrscheinlich essentiell, was du gemeint hast, als du gesagt hast, Helden brauchen ein Symbol. Ha. Wenn es das ist, was du denkst, muss es wahr sein. Was, äh, dass du das sagst von dir aus. Du, der mich am allerbesten kennt, meinst, ähm... ...ein Held. Ist nicht nur eine gemütliche, kraftvolle... ...ja, ein kraftvolles Etwas, ...das alle Menschen aus irgendeiner Gefahr errettet. Die symbolische Rolle eines Helden ist. Dass sie, äh, die Kraft, die sie brauchen, ...in ihnen selbst haben. Ein anderes, äh, ein anderes, ein anderes Wort dafür ist, äh, Mut. Und deine, äh, zurzeitigen, äh, deine Teammitglieder denken das? Oder haben dich das beigebracht? Ja. Ja, sie haben es mir klar gemacht. Sie, äh, kämpfen immer weiter. Vertrauen auf ihren Willen und auf ihre Stärke, anstatt auf den, äh, Helden von Slayheim zu setzen. Sie mögen das vielleicht nicht realisieren, aber sie werden bald selber Helden werden. Und wenn sich das mit anderen Leuten wiederholt, dann werden Helden nicht mehr notwendig sein. Ich bin froh, dass ich das in deinen Händen überlassen habe. Du bist mein Held. Ein Held verkörpert den Willen und zeigt Mut. Sie sind das personifizierte, äh, der personifizierte Mut. Ich bin schon Courage, als er eigentlich so stark, stark, stärke. Die Zweifel wegzuwerfen und nach vorne zu laufen. Den Weg zu folgen. Äh, mit der geistlichen Kraft nie zu verlieren. Yeah! Nice! Und wir kriegen Justine. Eine weitere. Guardian Force. So, jetzt gibt's eigentlich nur noch, äh, 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 Reftina. Reftina wäre natürlich Bombe. Wir kennen sie noch aus dem ersten Teil. Hat alles weggefistet. Ähm. Das wäre jetzt natürlich auch noch interessant, wenn ich die bekommen würde. Da ist allerdings, ich weiß nicht ganz genau, wie sich das triggert, das Ganze. Wir gehen jetzt nochmal zu diesem Sacrificial Shrine. Ist mir scheißegal, alle. Wir werden das Video jetzt mit diesem Dreck füllen. Hab eh nicht mehr allzu viel Zeit. Aber das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall erledigt haben wollen würde, bevor wir uns dann, ja, ans Finale begeben. Zack. Weil, ich weiß nicht, inwiefern sich dieses Rätsel wieder resettet. Das ist das Dumme. Im Walkthrough steht irgendwas, müssen Schalter drücken, dann resettet sich der Scheiß, aber irgendwie... Fuck you, Alter. Irgendwie nix funktionieren, diese Kaka. Warum nix funktionieren, diese Scheiße? Nö, 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 nö. So, jetzt ging es, glaube ich, ja, hier hinten rein. Aha. Jetzt müssen wir mal gucken, weil genau um diesen Raum geht es hier. Aber ihr seht, die Tür ist wieder offen, also ich muss diesen Raum irgendwie resetten. Aber wie, ist die Frage. Muss ich ein paar Sekunden hier draufstehen, oder was? Ich bin noch nicht draufgekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Mann! Äh. Was passiert, wenn ich hier nochmal reingehe? Die Kiste ist leer. So, dann gehe ich hier drauf. Dann komme ich allerdings nur wieder an den Anfang. Die Frage ist, hat das irgendeine Bewandtnis, dass ich hier rauskomme, oder? Weil es... Resettet sich nicht. Gibt es doch kein Schalter, oder sonst irgendwas, was ich betätige? Aber ich bin genervt, Alter. Ich mache jetzt so lange an dem Scheißdreck hier rum. Fickt euch doch mal hier, Wichskrüppel. Aber irgendwie funktioniert nicht. Es tut sich einfach nichts verändern hier. Ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie zeittechnisch steuern kann. Also, dass ich vielleicht, keine Ahnung, das erst in drei Spielstunden oder so machen kann. Ich bin ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber hier kann ich auch nichts tun. Fertest dich schieben? Nö. Nope, 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 nope. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder. Ich werde mal ein bisschen was herausfinden. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.